Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Bodenfliesen verlegen und somit die Fliesen auch mit so einem speziellen Nivelliersystem ganz einfach legen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte in meinem Fall mein Raumstück mit einer bestehenden Ecke fließen und hier gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man das Ganze am Ende macht. Ich habe mich für so ein wiederverwendbares Nivelliersystem entschieden, was wir bei uns im Haus übrigens auch für beide Bäder verwendet haben. Und da haben wir einfach den Vorteil, das Ganze ist für Anfänger wirklich perfekt geeignet und am Ende haben wir nicht das Problem, dass zwischen den Fliesen irgendwie so kleine Kanten bzw. Sprünge entstehen. Das wird wirklich schön auf eine Höhe gebracht. Mein Boden ist schon relativ eben, natürlich auch staubfrei und zuerst einmal sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken über das Verlegemuster machen. Denn wir können jetzt nicht einfach zum Beispiel mit einer ganzen Fliese auf der Seite beginnen, denn dann kann es sein, dass wir auf der anderen Raumseite einen schmalen Streifen erhalten, was natürlich optisch einfach nicht sehr ansprechend ist. Deswegen hier auf jeden Fall Gedanken machen, da gibt es auch schon spezielle Verlegewideos, welche an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. In meinem Fall schaut es am Ende am schönsten aus, wenn ich die kurze Seite mal auf 15,5 cm schneide und hier bei der längeren Wandseite das Ganze auf 30 cm, also eine halbe Fliese in meinem Fall. Wichtig hierbei ist, man sollte auf jeden Fall hier hinten einmal auf eine kleine Fuge achten. Die sollte mindestens 3 mm breit sein zur Wand, dass wir hier auf keinen Fall irgendwelche Schall- und Spannungsbrücken haben. Und das Ganze wird am Ende eh von einer Sockelleiste bzw. natürlich von den Wandfliesen noch richtig verdeckt. Wenn wir also mit unserem Verlegemuster zufrieden sind, können wir das Ganze auch schon mal entfernen. Dann am besten nochmal schauen, dass natürlich unsere Wasserwaage bzw. so eine einfache Fliesenschiene zu unserer Wand überall gleich weit entfernt ist. Und dann können wir auch mal mit einem Bleistift einen einfachen Schritt ziehen, wo unsere erste Fliesenreihe danach auch angesetzt wird. Bevor ich es vergesse, ob wir jetzt auf unseren Untergrund noch eine Grundierung aufbringen müssen, das kommt wirklich immer auf den Untergrund drauf an. Denn wenn dieser stark saugend ist, dann härtet unser Fliesenkleber einfach zu schnell aus und dann haben wir natürlich auch keine richtige Haftung unserer Fliesen. In meinem Fall sollte es aber auf jeden Fall passen, weswegen ich auch mal dementsprechend mir meinen Fliesenkleber anrühren kann. Wichtig hierbei ist, man sollte wirklich nur so viel anrühren, wie man auch verwenden kann. Nicht, dass das Ganze auch wieder zu schnell im Eimer austrocknet und wir den Rest wegschmeißen müssen. Ich gebe also gewünschte Menge sauberes Wasser natürlich auch in einen sauberen Eimer. Danach laut Herstellerangaben die richtige Menge an Fliesenkleber. Und vermische es auf nicht allzu hoher Drehzahl mit meinem Rührgerät. Die Konsistenz schaut auf jeden Fall super aus. Das Ganze ist nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig. Und spätestens jetzt würde ich mir auf jeden Fall mal Knieschoner anziehen. Denn nun können wir unseren Fliesenkleber schon mal an die Stelle geben, wo gleich unsere erste Fliese auch hinkommt. Und danach können wir nämlich das Ganze auch mit so einer Zahnkelle einmal ordentlich verteilen. Für meine 30x60 Fliesen ist so eine 10er Zahnung wirklich optimal geeignet. Falls du noch größere Fliesen verwendest, dann würde ich dir aber auf jeden Fall noch eine etwas größere Zahnung empfehlen. Wichtig ist, dass wir am Ende unseren Strich auf jeden Fall noch sehen. Und auch zur Wand hinten sollten wir, wie gesagt, etwas Abstand lassen, dass wir hier einfach keine Brücke haben. Außerdem darauf achten, dass wir unsere Zahnkelle bitte relativ steil halten, dass wir natürlich auch unsere volle Zahnung hier haben. Am Ende bitte nochmal in eine Richtung komplett durchkämmen. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir natürlich jetzt nicht quer hier durchgehen und somit beim Fliesenlegen die Luft auch deutlich besser entweichen kann. Das ist alles nachgewiesen und wenn du jetzt doch übrigens etwas an die Wand gekommen bist, dann ist das auch kein Problem. Einfach eine Kelle zur Hand nehmen und natürlich wieder einen kleinen Abstand herstellen. Nun die hergeschnittene Fliese mal noch ohne Druck auf unsere entsprechende Stelle geben. Und jetzt geht es nämlich darum, dass ich etwas Druck draufgebe und die Fliese aber erstmal circa 1 cm in meine Richtung schiebe und danach wieder 1 cm zurück. Dadurch fallen wir diese Kämmer jetzt nämlich dementsprechend um. Es entstehen weniger Hohlräume unter der Fliese und somit haben wir natürlich auch nochmal deutlich einen besseren Halt, als wenn wir das Ganze einfach nur draufgeben. Bei noch größeren Fliesen würden wir übrigens nochmal glatt Fliesenkleber auf die Rückseite unserer Fliesen draufgeben, denn dadurch haben wir am Ende noch einmal eine bessere Verbindung zu unserem Fliesenkleber. Ich brauche das Ganze nicht, weswegen ich meine Fliese mal noch dementsprechend beim Strich anpasse und danach kann ich nämlich auch schon einfach weiterlegen. Bevor ich meine zweite Fliese lege, entferne ich beim Übergang zuerst immer relativ gerne ganz wenig von meinem Fliesenkleber. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ich jetzt meine Fliese wieder dementsprechend reinlege, etwas zurückgehe und wieder etwas nach vorne, dass mir hier der Fliesenkleber nicht durch die Fuge nach oben gedrückt werden kann. Die zwei Fliesen sind richtig ausgerichtet und überstehenden Fliesenkleber zu meiner Wand und natürlich auch in der Fuge habe ich wie gesagt jetzt schon mit so einem kleinen flachen Schraubendreher zum Beispiel einfach ausgekratzt. Und jetzt geht es mal darum, dass wir unser Nivelliersystem richtig einsetzen. Hierfür müssen unsere Fugen nämlich mindestens zwei Millimeter breit sein. Das Ganze habe ich auch schon etwa gemacht und ich kann mal schauen, dass dieses kleine T-Stück jetzt dementsprechend in meine Fuge hineingeht. Danach drehe ich es um 90 Grad hier nach oben und jetzt geht es darum, dass ich mit der einen Hand mal hier oben meinen Hebel festhalte. Und mit der anderen Hand kann ich nämlich schon dieses schwarze Teil hier unten etwas im Uhrzeigersinn per Hand festdrehen. Das selbe Spiel machen wir jetzt hier vorne übrigens auch nochmal. Zum Schluss die Position nochmal nachkontrollieren, da Fliesen vom Werk aus nie zu 100% gleich sind. Bei mir schaut es super aus, die Fugen sind gleich groß. Man kann hier unten auch nochmal mit der Wasserwaage dagegen halten, ob die Fliesen auf der gleichen Höhe sind. Und gegebenenfalls mit einem Gummihammer zum Beispiel noch etwas nachkorrigieren. Wenn es aber passt, dann mal wieder hier oben bei unserem Orangenhänkel festhalten und mit dem speziellen Werkzeug, was normalerweise beigelegt ist, noch einmal unsere Befestigung hier etwas fester anziehen. Unsere erste und somit wichtigste Reihe ist gesetzt und von dieser aus können wir jetzt einfach Reihe für Reihe weiterarbeiten, so wie gerade eben auch. Ich bin mit dem Fliesenlegen soweit fertig, bin sehr zufrieden, da die Fugen optisch auch alle relativ gleich groß ausschauen. Und jetzt am besten gleich mal noch einen Schwamm zur Hand nehmen und größere Fliesenkleberreste entfernen, da es jetzt einfach noch deutlich leichter geht, als wenn das Ganze mal getrocknet ist. Wie gesagt, genauso in den Fugen drin natürlich auch. Und laut Hersteller sollten wir jetzt einfach mal noch circa sechs Stunden warten, dann sollte der Fliesenkleber schon etwas angezogen haben und wir können unser System dementsprechend mal wieder abbauen. Hierfür das orange Stück oben mal mit einer Hand festhalten und dann mit dem Werkzeug dieses Mal in die entgegengesetzte Richtung drehen. Dadurch löst es sich nämlich auch schon, den Rest können wir normalerweise auch wieder per Hand etwas weiter aufschrauben und dann einfach um 90 Grad drehen und unser System herausziehen. Danach den Fliesenkleber laut Herstellerangaben mal komplett durchtrocknen lassen, das kann je nach Hersteller relativ unterschiedlich sein. Und danach können wir nämlich auch schon dementsprechend unsere Fugen hier richtig verfugen. Doch dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video gemacht und somit haben wir Bodenfliesen auch schon richtig verlegt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein Nivelliersystem, eine Zahnkelle oder natürlich auch einen hochwertigen Fliesenkleber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.